Unser neuer Kommandant, Markus Aquila. Vierte gallische Hilfstruppe der zweiten Legion. Ist es euer erstes Kommando? Ist es. Fertig auf mein Kommando. Ihr wisst ja, wer sein Vater war. Der Mann, der den Adler der neunten verlor. Ganz zu schweigen von den 5000 Männern. Der Junge ist ein böses Omen. Es heißt, der Adler sei im hohen Norden gesehen worden. Kein Römer kann nördlich des Walds überleben. Ein Mann kann sich leichter verbergen als eine Legion. Zu gefährlich. Dann gehe ich mit Eskar. Er ist ein Sklave. Er tut, was er tut, weil er es tun muss. Ich hasse alles, wofür ihr steht. Er wird dir die Kehle durchschneiden, sobald ihr allein seid. Öffne das Tor, Soldat. Seid ihr bereit? Wie kann euch ein Stück Metall so viel bedeuten? Der Adler ist kein Stück Metall. Der Adler ist Rom. Steh auf! Er hat den Adler. Er weiß es. Er gehört zu Ihnen. Dein Stamm hat die Männer meines Vaters wie Hunde geschlachtet. Euer Vater kam, um zu töten. Du bist immer noch mein Sklave. Eskar, was geht hier vor? Auf den Knie! Du bist mein Sklave. Wenn du mir dienst, wirst du überleben. Wir müssen es jetzt tun. Sie kommen! Hur fácil! Ach no! Mar Bonjour! Ich fuera ihn! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020